Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Velosche Kanal und es geht weiter. Man sieht hier, nämlich das wollte ich mir nicht angucken, nämlich dass Yusuf Nukic im letzten Spiel tatsächlich einen Rekord aufgestellt hat, was Playoffs angeht. Und zwar bei Rebounds, hier sind wir. Ach, jetzt bin ich erst auf der Playoff-Skala. Und zwar hat der Bill Walton überholt mit dem letzten Spiel. Der hat nämlich 25 Rebounds geholt. Ein Rekord, den ich nicht wieder unterschlagen wollte, wie bei Isaiah Hartenstein. Das auf jeden Fall nur noch dazu. Also Rebound-technisch Yusuf Nukic war ja sein erstes Spiel sogar, wenn man das auch noch überlegt. Also wie viele Minuten hatten der gemacht im letzten Spiel? Spielbericht ansehen. Rollenspiel 4. 24 Minuten nur. Ich brauche jetzt natürlich gegen die Rockets auch einfach noch mehr Star-Power. Ich gebe meinen Rollenspielern da einfach noch weniger Minuten. Weil ich brauche wirklich meine Topstars so lange, wie es geht, auf dem Feld. Und ein Jabari Parker kriegt nochmal eine. Ja, sogar zwei Minuten mehr oder kriegt... Ja, doch so. Das heißt, wir verteilen die Minuten noch weiter Richtung Topstars. Und ja. Dann müssen wir jetzt wahrscheinlich gleich erstmal weiter simulieren. Kurzer Moment. Ich will mir die anderen Standings angucken. Hier sieht man nämlich Golden State Warriors. 3 zu 1 aktuell gegen die Lakers. Philly gegen Miami 3 zu 1. Und Milwaukee gegen Brooklyn 3 zu 1. Das heißt, wir sind die einzige ausgeglichene Serie. Und schauen wir mal, was hier jetzt möglich ist. Das erste Viertel. Das hat uns richtig das Genick gebrochen im letzten Spiel. Die Frage ist jetzt natürlich auch, wenn wir dieses Spiel jetzt simulationstechnisch verlieren, simuliere ich dann nochmal oder spiele ich dann? Eieieiei. Schon wieder das erste Viertel. Es ist schon wieder das erste Viertel, das uns das Genick bricht. Wenn wir die... Wir kommen etwas wieder ran. Wir kommen etwas wieder ran. Jungs, macht das, man. Es geht hier um die Conference Finals Einzug. Um den Conference Finals Einzug. Wir sind dran wieder. Wir sind dran. Come on, man. Come on. Oh, Führungswechsel oder auch nicht. Eieiei. Boah, ist das spannend. Ich werde nicht einsteigen. Ich lasse das laufen. Ich will, dass die Simulation entscheidet, ob wir dieses Spiel gewinnen oder verlieren. Ach du Scheiße. Ach, ja, okay. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass... Lillard 47 Punkte gemacht. Boah. McCullum 22 und 10 Assists. Parker 19,8. Harris 15 Punkte. Die Stars haben geliefert. Bist du auf Nuki? Mager. Was? Also da sag ich gerade, die Stars haben geliefert und dann holt Nuki schon nur 3 Rebounds. Come on, man. Kein Spieler über 10 Rebounds. Was hat denn Kp? Genau, der hat nämlich 15 Rebounds. Westbrook, Hahn, Capella, Green. Das Team hat geliefert bei Houston. Okay, seht euch das an. Im Ost entsteht alles. Philly gewinnt 4-1 gegen Miami. Die Milwaukee Bucks gewinnt 4-1 gegen die Brooklyn Nets. Hier ist noch nicht alles entschieden, weil die Lakers nochmal anschließen können und hier auch noch nicht. Ich simuliere dieses Spiel. Wenn wir auf 3-3 kommen, mache ich das nächste Spiel. Wenn wir jetzt rausfliegen, dann war es das mit den Playoffs. So bitter es ist. Also, kommt schon, Jungs. Kommt schon. Bitte nicht verkacken im ersten Viertel. Bitte nicht so hart verkacken. Wir sind immerhin dran. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Das ist verdammt spannend, ey. Alter, kommt schon, Jungs. Wir müssen uns einen Vorsprung erspielen. Wir müssen uns irgendwie einen Vorsprung erspielen. Jetzt hat Houston das zweite Viertel gewonnen. Mit 8 ganzen Punkten. Und im dritten Viertel sieht es momentan auch besser für sie aus. Boah. Boah, das ist nicht optimal. Kommt schon. Ja, und jetzt haben sie hier wieder in der Endphase. Das war es, ey. Das war es. Ah, das kann nicht wahr sein. Das letzte Viertel ist eine Kat... Das ist eine Katastrophe. Du kannst doch nicht im letzten Viertel mit 16 Punkten verlieren, Mann. So ein enges Spiel über die... So ein enges Spiel eigentlich über das Ganze... Ich gehe mal ein bisschen runter. Wo es noch wirklich eng war. Hier. Seht euch das an. Wie eng das hier alles ist. Ein Punkt. Hier sogar Gleichstand. Und dann 198. 198. 101. 103. 105. 108. Ja, dann lässt du die Houston Rockets 10 zu 0 scoren. Ja, dann bist du halt raus. Boah. Ne. Das ist bitter. Das heißt, wir sind raus aus den Playoffs. Lillard mit einer Quote, wo ich mich frage. Also, der hat zwar 33,1 Punkte gemacht, aber Feldwurfquote... Ah. Um 2% runtergegangen. Ne, das ist die 3er-Quote. Feldwurfquote ist um 0,6 runtergegangen sogar. Boah. Ne. Das heißt, wir simulieren mal die aktuelle Runde. Wir simulieren die nächste Runde. Jetzt wird's spannend. Boah. Philly rasiert. Die Milwaukee Bucks. Okay. Kann ich nicht das einzelne Spiel mir angucken? Also, ich muss auch die... Also, nicht angucken vorwegen, dass wir uns das jetzt alles unbedingt angucken, aber... Naja. Ja. Wow. James Harden und die Houston Rockets sind NBA-Champions. James Harden ist Finals-MVP. 32,9 Punkte. 3,9 Rewards. 8,3 Assists. 1,1 Deals. Gute 54% Feldwurfquote. 50% Dreier. Heftig. Spiel 7 gucken wir uns mal kurz an. Westbrook Triple Double. 36, 11, 14. An Philly. Das heißt, wir haben einen neuen Champion und der heißt Houston Rockets. Ich will mir auch nochmal ein paar Clare-Statistiken angucken. Die 5 Besten immerhin immer. Nach Punkten waren es Kyrie Irvine und Kevin Durant, zwei von den Brooklyn Nets. James Harden, 30,7. Damien Lillard, tatsächlich 33,1. Und Curry mit 35,2. Bei den Rebounds. Andre Drummond, was für eine Maschine. 17,6. Steven Adams, der inzwischen bei Toronto ist, mit 14,4. Antetokounmpo 12,4. Jokic 12,3. Und Capella 12,3. Assists. King James, 8,7. Curry, 8,7. Rondo, 9,6. Playoff-Rondo. Lonzo Ball sogar 10,2. Und Jokic 10,2. Als Bigman der beste Assist-Geber der Liga in den Playoffs. Wahnsinn. Lonzo Ball und George mit 3,2. Steeds. Curry 2,2. Murray und Drummond mit zwei jeweils. Und Blocks sehen wir dann. Antetokounmpo, Capella, Hartenstein tatsächlich. Krass. 2,5 Blocks pro Spiel. Und dann Aldridge und Whiteside. Okay. Wir rücken vor. Wir sind leider raus. Und das heißt, in der nächsten Folge sind wir bei diesem Bildschirm hier. Oh yes, die Off-Season. Die Off-Season. Und wir gucken uns auch gleich mal ein paar Nachrichten an. Erst mal nicht mal Transaktionsbericht. War das echt? Wo war denn das? Dass die den getradet haben. Was hat sich gegen Sechi Baka und Devon Hernan Gomez. Naja. Social Media gucken wir uns mal ein bisschen an. Rockets gewinnen NBA-Titel. Westbrook mit Triple-Double. Ein neuer Mock-Draft. Und hier sehen wir. Wes Junior Idowumdo Prince wird auf all den Draft-Prognosen bis auf hier auf 1 gesehen. Danach Marvin Wills oder Willis. Bei der Point-Guards. Dann hat man hier Edmund Messer, Norm Kieffi, Marshall Brady, Gerald Michaud, Jim Neely, Edmund Drew, Ron Chandler und Antoine LePierre aus Kanada. Gucken wir hier. Tatsächlich West Junior Idowumdo Prince. Obwohl hier ist Norm Kieffi tatsächlich. Okay. Okay. Er will sein Marktwert testen. Gildridge Alexander. Der wäre natürlich mal was. und Smart. Wer ist denn überhaupt Free Agent? Also wer? Na gut, das können wir uns ja gleich angucken. Aber mit diesen Fragen beschäftigen wir uns in der nächsten Folge. Ich will mich erst mal verabschieden. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Euer Veloge meldet sich ab. Und Bye. Bye.